Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vintage Computer Unboxing Video. Heute zeige ich euch ein wahnsinnig riesiges, schweres Paket. Es sind eigentlich zwei Pakete, zu einem geschnürt. Dann haben wir da in diesem Karton und Tüte ein bisschen tolle Sachen, die mir die Tage übergeben wurden. Dann diese untere Kiste mit einem speziellen, interessanten Computer von einem Vereinskollegen. Und die obere Tüte habe ich mit Inhalt von einem Bekannten bekommen. Und noch ein kleiner, interessanter Brief, passend zu meinem Commodore SX-64. Da habe ich ja schon mal was erwähnt zu. Ja, da würde ich sagen, ohne große Umschweife, legen wir mal los. Ich würde sagen, trennen wir doch erstmal das riesige Paket voneinander. Ja, und schauen mal, was da drin ist. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich habe nur eine leichte Vorahnung. Es ist eine Sammlungsspende, die ich freundlicherweise erhalten habe. Und ja, schauen wir einfach mal rein. Also 31,5 Kilo steht drauf und da kommen wir auch fast hin. Super, dann legen wir doch mal los. Dann machen wir das mal so. Und packen erstmal die Kleinigkeiten hier rüber. So. Und versuchen wir doch mal das Paket zu trennen. Ähm, ja. Hier war das. Das macht das Auspacken ein bisschen einfacher. Ich bin sehr gespannt, was das ist. Also, es ist auf jeden Fall etwas von einem Victor-Rechner dabei und ein bisschen Zubehör. Aber was genau, das ist mir noch nicht klar. Bin ich gespannt. Und ja, ich freue mich auf die Idee über alles. Sehr schön. Und ich sage euch, ich habe dieses Riesenpaket bis ins oberste Schluckwerk hochgezogen. Wenn ihr mir auch sparen könnt, hätte ich es unten zerlegt. So. Dann nur die Saale. Fangen wir mal mit diesem Paket an. Du musst ja immer gerade gucken, wo oben und unten ist. Ja, das hier. Sehr schön verpackt. So. So. Das gehört für mich rein. Das ist was anderes. Na. Was haben wir da? So. Und dann so. Jetzt sieht man das noch besser. So. Ja. Auf jeden Fall einiges an Papier drin. Das ist schon mal gut. Ich kann was immer gebrauchen. Auch zum selber verschicken. Ah. Das sieht mir nach einem Monitor aus. Jetzt gucken wir diese Dinge rausbekommen. So. Ja. Ja. Ein schicker Monitor. Ein Victor Monitor. Tatsächlich. Schön. 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 Tada. Und das sieht so richtig gut aus. Schön. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Farbe gibt es oder ob diese Farbe so war. Das ist super. Super. Ich kann jetzt nicht nur noch schauen, ob da noch was anderes drin ist. Oh ja, hier ist noch was schweres. Nochmal ein extra Päckchen. Aber ansonsten ist es leer. Cool. Ja, ich freu mich ja immer. Pakete auspacken ist was schönes. Und dann hier so viele Sachen da rauskommen. Sehr toll. Zack, zack. Ding, ding, da rüber. So, jetzt haben wir als nächstes. Aber was haben wir hier noch drin? Schauen wir mal rein. Floppy. Floppy Dists. Oh cool. Oh cool. Oh. Multitronic. Mir unbekannte. Marke. Microsoft C. Quick C-Buch. Wirisoft, Wirisoft. Ah, Disketten. Ich liebe es. Man kann nie genug davon haben. Und auch Original Victor Disketten. Wow, eine ganze Packung voll Disketten. Eine ganze Kiste voll. Schön. Schön schön. Oh. Eine Festplatte. Eine MFM Festplatte. Eine MFM Festplatte. Toll. MFM erkennt man hier an denen. Mit Stepper sogar. Wow, das ist ja cool. So eine kleine MFM mit Stepper. Was haben wir denn da? Verschiedene Möglichkeiten. Ah, Kyotera. Modell KC20B. Da haben wir das. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja. Cool. Stepper noch dran. Das sind noch richtig gute Festplatten. Toll. Sehr interessant. Sehr interessant ist wiederum rauszufinden, was haben wir da noch eventuellen Daten drauf. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Sehr schön. Bisschen unpraktisch, wenn das auch Disketten liegt. Aber... Oh, toll. Original Victor Disketten. Na, nicht eingeschweißt, aber mit Folie. Victor MSDOS 3.3. Cool Sache. Toll. Die Frage ist, welche Sprache das ist. Könnte jetzt Englisch sein. Victor Technologies GmbH. Na ja. Könnte natürlich auch Deutsch sein. Aber cool. Ah, schön schön schön. Spiegel natürlich auch. Aber... Oh, da kommt drauf. So eine ganze Kiste. Voll. Ein Flippchen. Was haben wir denn da für eins? Was ist denn das? Matsushita. 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 Was ist denn das? Wandstimmst�... Könnt ihr jetzt... Dann müsste man schauen, ob das ein 1,2 MB, oder ob das ein 360K ist, das weiß ich jetzt leider nicht auswendig, das erkennt man auch schwer. Ist egal, das ist ein tolles Laufwerk, schön, 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 vielleicht wenn es jemand erkennt, hier haben wir die Bezeichnung. Toll, super. Und Floppy Kabel, perfekt, das lassen wir da auch in der Kiste gleich, und ja, Software, schön, toll, super, vielen lieben Dank an dem nur alles, toll, von dem kommt nämlich das super Paket. So, das ist jetzt auch nicht gerade leicht, Messerchen. Gucken wir doch mal, das kann ja nur besser werden. Ich habe so eine Ahnung, wenn da ein Victor Monitor frei ist, Victor Discreten, dass das der komplette Victor Rechner ist. Hört sich zumindest, ja, das ist ein Victor Rechner. Oh, guck, 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 guckt euch das auch mal. Der passende Victor Rechner mit. Das ist ein kleiner, kleiner, kuscheliger, querz, Pastertoum. Und ein schöner Victor Logo, toll. Ein bisschen reinigungsbedürftig, aber heck. Das ist richtig so, das ist nicht so. Ja, mit einem großen DIN-Anschluss, sehr schön. Super, oh, herrlich. So, jetzt gucken wir mal. Ja. Oh, keine Schrauben drin, aber das macht nichts. Umso besser, dann können wir mal reinschauen. Haben wir noch was hier, was ist die Lange, das war das. Was? Mehr als zufrieden, mehr als zufrieden. Guckt euch, schwere Technik. Schöne gelbe Farbe. Toll. So, was haben wir denn da? Klinke Anschluss, sehr interessant. Mit Festplacke und Floppy. Cool. So, räumen wir mal einen kleinen Rahmen weg. Und dann schauen wir uns die Rechte doch im Gesamten mal rein. Auf jeden Fall, das ist wieder Genülen, Verpackungsmaterial. Ja, da haben wir den Rechner. Mit Strooppoor im Gehäuse. Oh, was sehen denn meine drüben Augen? Hier gibt es sogar einen Backup-Puffer mit Knopfzellen. Das ist ja cool. Floppy-Laufwerk drin. Toll. Festplatte. Cool. Schließen wir das doch mal an. Ach, das sitzt locker drin. Na, kann man mir vorstellen, dass das andere Floppy eventuell hier ursprünglich dazugehört hatte. So sieht der Rechner von innen aus. Hier haben wir den Floppy-Bit, nee, Quatsch, das ist der Festplatten-Controller, hier. 8-Bit, schön. Und das Floppy geht direkt aufs Mainboard. Haben wir den RAM an Bord. Ich tippe mal 640K. Hier haben wir das Backup-System. Sehr interessant. Geht direkt hinten. Na, wo ist es denn? Da. An den Anschluss. Eigentlich nicht viel anders als moderner Rechner. Hier haben wir Floppy. Da drunter haben wir die MFM-Platte. Diese. Was haben wir denn für Anschlüsse überhaupt? Strom mit Monitoranschluss. Hier haben wir einen Umschalter für Clock. Ach nein. Das heißt, wir können hier die Geschwindigkeit ändern von 4,77 MHz auf 7,16. Cool. Monitoranschluss, Druckeranschluss, Dip-Switches für das da hier. Für die Glock-Einheit, Ureinheit. Schön. 1987 sagt der ROM-Baustein, der auch. Das ist ja mal echt coole Technik. Ich würde mal sagen, den schließen wir doch gerade mal kurz an und schauen, ob er anspringt. Toll. Würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Sagen wir es mal so. Diese Technik ist fast unkaputtbar. Ja, das war mal die Originalfarbe. Hey, schön. Ich habe übrigens noch einen Victor Wiki-PC. Es ist ungefähr, ja, nicht unbedingt das gleiche System, aber sehr, sehr ähnlich. Ich weiß jetzt gar nicht, was zuerst da war. Der Wiki oder dieser. Das ist ein VPC. Äh, was ist das für einer? Ein VPC-2. Oder um genau zu sagen, ich glaube, VPC-2-C. Toll. Dann bauen wir den doch mal ganz kurz. VPC-2-C. Genau. Bauen wir den mal kurz auf. Interessanterweise kommt das Keyboard-Kabel. Vorne. Eine Maus. Rein theoretisch daneben auch, wenn man eine hat. Und dann schließen wir den Monitor mal an. Und dann ist alles dabei. Strom, Strom und Ausforsch. Upsa. Ein bisschen Kracher, aber nicht so schlimm. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Kiste sich einschalten lässt, ohne dass uns was um die Ohren fliegt. Das ist aber immer so eine Sache. Die Frage ist, wie man die das letzte Mal eingeschaltet wurde. Das hört sich doch ganz gut an. Und da kommt auch was. Hey, toll. Oh, schon 380. 400. 640 wäre schon cool. Ja, 640 bleibt auch. Sehr toll. Jetzt ist die Frage, geht's weiter oder nicht. Eine Festplatte gefunden. Ein paar Error-Codes. Diskboot Failure. Gut, das ist nicht so schlimm. Das macht nichts. Er versucht darauf zuzugreifen. Wahrscheinlich ist die Festplatte gelöscht. Oder man muss entsprechend anpassen. Aber das heißt, die Kiste läuft. Toll. Und er reagiert auch hier auf... Genau. Eingaben. Toll. Und der tolle Sound. Herrlich. Schöner, schöner Rechner. Cool. Der kommt neben den Victor-Viki. Haben die sich was zu unterhalten. Ha. Sehr schön. Ich würde sagen, das ist schon mal super toll. Machen wir mal damit weiter. Das ist nämlich auch nicht schlecht. Wow. Vielen herzlichen Dank. Super. Super, super, super. Oh, jetzt kommt er. Noch dazu. Nachdem wir jetzt das Hemd in die Hose gestoppt haben. So. Machen wir da erst den Kleinen hier auf. Dieser kam heute von einem Bekannten aus dem Verein. Und das dürfte eigentlich... Genau. Ganz, ganz wichtig und cool. Das. Und I see. In Rom. Jetzt fragt man sich, was meint der damit? Was ist das? Was ist daran so besonders? Ich weiß jetzt nicht, ob man das erkennen kann. 25, 11, 04, Bindestrech 4, Kernel, S, X, 64. Toll. Toll. Mehr dazu in einem Extra-Video. Das ist nämlich was ganz Wichtiges und Besonderes für meinen S, X, 64. Der leider nur mit einem C, 64-Körner läuft. Warum auch immer. Und jetzt bekommt er hier wieder einen passenden. Und das in einem Extra-Video. Toll. Vielen herzlichen Dank dafür an Christian. Und jetzt kommen wir zu diesem Kladderadatsch. Fangen wir doch erstmal an. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von den Sachen, aber eigentlich mit die coolsten. Das hier ist ein Spiel. Ein recht bekanntes Spiel. Einige von euch haben davon bestimmt schon gehört. Spätestens wenn ich es zeige. Und das ist nämlich komplett. Schieben wir das mal runter. Lemmings. Cool. Komplette Disk-Set. Lemmings. Toll. Ich muss jetzt nochmal eine Kiste finden, nachdem wir das zum Laufen kriegen. Und das ist einmal... HD, IBM, PC, High-Dense-Ess, Magic Pockets. Kenne ich jetzt nicht. Auf jeden Fall auch Spiele. Was genau, muss man mal schauen. Aber Lemmings ist natürlich super geil. Von 1991. Super, super toll. Wer es nicht kennt, haut es mal in den YouTube rein. Ist ein lustiges Spiel. Coole Sache. Schön. Da habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich habe eine kleine Bigbox. Eine halbe Bigbox. Sehr schön. Und dann... Das ist auch cool. Sehr interessant. Kleine kleine Festplatte. Im ersten Blick ganz unscheinbar. Das ist Hardex-Typ C. 1740 MB. Stammt aus einem alten Tandon-Rechner. Sieht eigentlich verdammt gut aus. Ein super Zustand. Muss ich mal schauen. Ich habe keinen Tandon-Rechner, aber ich habe andere Rechner, die damit eventuell auch klarkommen könnten. Denn IDE ist da weitaus unempfindlicher als MFM, wenn es um Fremde-Controller geht. Cool. So, was haben wir denn noch? Das. Auch cool. Microsoft Flight Simulator. Diskettengröße ist auf den Korin-Ton-Aufkleber angebracht. Müssen wir mal schauen. Das müssten 3,5 Zoll sein für IBM-PC und kompatible. So sahen damals der Light Simulator aus. Simple as... Punkt, Punkt, Punkt. Toll. Fliegende Pixel. Sieht auf jeden Fall komplett aus. Zumindest vom Gewicht her. Ja, sieht komplett aus. Jo. Komplett. Zweite Weiße waren das nur zwei Disketten. Toll. Super. Ja, ich sehe es schon kommt. Ich habe einige schöne alte Spiele die Tage bekommen. Das gibt mal eine feine, runde Retro-Zock. Handbücher alle dabei in Deutsch. Top. Super. Auch hier herzlichen Dank. Toll, toll, toll. So. Das packen wir gleich wieder schön ein. Wirklich in einem guten Zustand. Das ist auch nicht schlecht. Kann man immer brauchen. Datenverarbeitung mit Basic. Toll. Telerex Fachverlag. Excel 4 mit Diskette. Sofort zum Einsetzen. Und Word für Windows. 2.0 Zusatzprogramme. Ebenso mit Datenträger. Toll. Super. Dafür habe ich ein Extra-Pedal. Da haben wir solche schönen Sachen rein. So. Und jetzt kommen wir zum coolsten. Vielleicht hat man das auch schon gesehen. Ganz interessante Kiste. Ist eine Vereinsspende gewesen, glaube ich. Ja, keine direkte Vereinsspende. Eine Spende wurde mir überreicht. Für unsere Vereinskollegen. Und was haben wir hier? Zuallererst einmal. So ein cooles, einseitiges. Floppy. 5,25 Zoll. MfM. Schuhgart. Und das Coole ist natürlich, es stammt von einem Hersteller, der damals noch Technik gebaut hat, die sich lange gehalten hat. Nämlich von Siemens. Damals haben sie noch ordentliches gebaut. Oder zumindest ist es gelabelt mit Siemens. Toll. Einseitig, muss man so zu sagen. So, nicht zweiseitig. Die gab es ja sonst immer sehr zweiseitig. Aber in diesem Fall ist es einseitig. Ist recht locker. Gummi ist noch gut. Sehr schön. Toll. Das ist ein ganz besonderes Gerät. Das ist ein Tandy TRS-80 Modell 1. Aber nicht einfach nur ein Modell 1, sondern es ist ein, sagen wir mal Autofokus, so, ein angepasster, modifizierter. Einmal haben wir hier oben einen Sockel. Und jetzt interessant wird es eigentlich auf der Rückseite. Hier wurden Sachen zusätzlich angebracht, wie jetzt Schalter, Reset-Taster, diese Box, wo ich noch nicht ganz nachvollziehen kann. Ich denke für das Expansion-Modul. Und interessant ist eigentlich, auch hier haben wir zwei serielle Ports, A und B, wahrscheinlich für Joysticks. Und hier unten ist aufgebrochen, weil wir hier eine Zusatzplatine haben. Einen C-Log Z... 8441 haben wir da drin. Keine Ahnung wozu. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Das gehört die Tage mal ermittelt, was und wieso das so war. Jetzt weiß ich nicht, ob man den Deckel hier aufkriegt. Dann hätte man mal reingucken können. Nee, klicken wir jetzt nicht auf. Wohne. Moment, da ging die mich auf, noch vor kurzem. Genau. So. Das ist nämlich nur gesteckt hier alles. Mal gucken. Ja, das ist jetzt von innen. Und hier ist der andere Teil der Platine. Ein sehr interessanter Eigenbau. Bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt, wenn das System mal angeschlossen ist. Ich habe noch kein Netzteil dafür. Ich muss mal schauen, entweder mache ich mir eins oder ich besorge mir ein entsprechend passendes. Genau. Auf jeden Fall eine coole Kiste. Coole Sache. Dachte ich mir, das gehört zur Erhaltung dazu. Ich habe auch irgendwo oben noch bei mir TS1-Teile, sogar eventuell Modulteile. Die lassen sich garantiert miteinander verknüpfen. Auf jeden Fall ein cooles Teil. Dazu bei Gelegenheit auch mehr. Ja, und dazu gab es wie immer ganz cool einen Haufen Literatur. Richtig toll. Also mit Preisen und allem drum und dran. Ich überfliege das jetzt nur mal, weil da auch eben Daten drauf sind. Hier sind Preislisten, handschriftliche Notizen, Anleitungen und solche Sachen. Richtig toll. Das liebe ich einfach. Solche Originalitäten. Hier ausdrucke, Abschriften zum Abtippen, Programme. Toll. Also gerade jetzt hier, wir mal gucken, hier Code zum Abtippen, Zeilen, Programme zum Abtippen. Total cool. Also es macht Spaß, so was. So hat man früher gearbeitet. Ja. Was haben wir noch? Das sieht mir noch aus. Siemens. Siemens Laufwerke. Ja, das ist zu dem Laufwerk. Ein bisschen Information. Ach, das ist ja cool. Oh mein Gott. Inklusive Schaltpläne. Schematik. Das ist Schematik zu dem Laufwerk. Das ist echt selten so was. Das ist cool. Wow. Toll. Und ich dachte, die Bücher hier wären schon cool. Aber das ist ja alles total cool. Hier haben wir das TRS-80 Micro Computer Technical References Handbook. Toll. Englisch, aber das macht nichts. Auch ganz interessant mit wichtigen technischen Details. Aber praktisch. Dann kann man auch nachvollziehen, was ist Ah, die Hauptplatine. Was ist Original und was nicht. Schön. Schön, schön. Und dazu die Bedienungseinleitung zum TRS-80 in Deutsch. Level 1. Super. Ah, herrlich. Wahrscheinlich auch mit vielen Programmen, die man wieder nachschreiben kann. Aber auf jeden Fall schöne Grundanleitung. und dann auf Deutsch. Ja, sehr einfach gehalten. Genau. Programmchen dabei. Ach, herrlich. Und das riecht so schön. Ich liebe diesen alten Muff von den intelligenten Büchern. Dann haben wir hier noch der First Book of 80 Us. TRS-80 User Journal. Super toll. Ach, komm. auch schön viel Programmcode zum Mitschreiben und Spaß haben. Toll, 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 toll. Oh, Mann. Das muss auf jeden Fall mal ein extra Projekt werden. Super. Und dann haben wir noch, Ah, super toll. TS-80 Graphics for Model 1 und Model 2. Model 1 in diesem Fall haben wir und Model 3, äh, kurz, Model 3, genau. Model 3 habe ich auch oben. Hey, toll. Toll. Wow. Also da hat man lange mit zu tun, bis man das mal alles durch hat. Dann haben wir einen Katalog. Winter 86. Software-Katalog. Hardware-Katalog. Ja. Cool. Ach, komm. Und Basic Adventures. Ach, toll. Also, Code ohne Ende. Also, wenn man das durch hat, dann sieht man nur noch Code. Oh, das ist toll. Cool. Oh, was haben wir noch? Oh, wenn ich das rieche. Oh, Gott. Das kann man ja gar nicht hochnehmen. Das sind viele. Die ganzen Magic von Panicam mit dem Magier Wizard. Und so sieht das aus im Prinzip das System. Das habe ich. Das müsste hier irgendwo noch rumfliegen. Und ein Monitor fehlt mir noch. Ah ja, dann. Ja, das ist das Modul. Ja, zum Expansion. Sehr schön. Tier 80. Tier 80. Disk and other mysteries. Toll. Machine Language. Disk. Input, output. And other mysteries. Ah, toll. Microsoft Basic Decoded. Ja, das ist die ganze Reihe. Das ist doch toll. Basic Disk. Input, output. Faster and better. Faster and better. Ach komm. Wow. Das kriege ich niemals alles durch. Und da geht es weiter noch. Dann haben wir noch TRS-DOS-23 Decoded. How to do it on the TRS-80. Oh, das ist cool. Das ist ein allgemeines. Model 1, 2 und 100. Oh, das ist cool. 1, 2, 3 und 100. Und Customizing. Ach, cool. Das ist cool. Das ziehe ich mir heute Abend mal rein. Lauf zur Seite. Toll. Super. Ja. Wow, wow, wow. Das war mal wieder richtig viel. Toll. Packen wir das gleich wieder ordentlich weg. So. Und dann machen wir das so hier. So. Und dann machen wir das so. Und das so. So. Lisa und Apple Profile. Ja, das folgt aber die Tage. Werdet ihr schon sehen. Ob ihr wollt oder nicht. Also, bis bald. Tschüss.